Ibo der Verrückte war am Sonntag noch bei Basel gegen Zürich. Ja, das habe ich auch gesehen. Also der ist echt crazy, crazy, crazy. Ja, ich denke mal, viele von euch haben eventuell schon mein Video gesehen. Ich kann es halt nicht so richtig einordnen. Ich habe auch ein paar Kommentare mir schon durchgelesen, aber so richtig viel konnte ich mir noch nicht durchlesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur ein paar Meinungen gelesen, die sagen auch, ey, das ist absoluter Quatsch. Das wird alles heißer gekocht, als es ist, weil es gab ja diesen Bericht von der DFL, dass alle Clubs eben die Auflagen bekommen, alle Clubs, die die Lizenz bekommen haben, die sich dafür angemeldet haben in der ersten und zweiten Liga. Also da sind sowohl Erstligisten dabei, die machen dann für erste und zweite Liga, dann sind Zweitligisten dabei, die machen für zweite und erste Liga und dann sind halt Drittligisten dabei, die eventuell mit dem Ausstieg planen. So, und die haben alle ihre Lizenz erhalten und einige unter Auflage. Das war das Statement von der DFL. Das hatte Sky berichtet und ich glaube die Sportschau auch. Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung aber herausgefunden, dass es wohl, dass einer aus dem Gremium gesagt haben soll oder einer von den Verantwortlichen der DFL gesagt haben, das ist der härteste Fall, den wir jemals hatten. Also angeblich schlimmer als 1860 und alle anderen Clubs da. Ja, warten wir mal ab. Dann warten wir mal ab, wie schlimm das tatsächlich ist. Ich meine, da werden die nächsten Tage bestimmt noch ein paar News zu rauskommen. Ich wollte auf jeden Fall gleich mir mal mit euch Kicker durchlesen. Die haben relativ lange gewartet, bis sie dazu was geschrieben haben. Ich habe mir auch noch nicht angeguckt, was sie genau dazu geschrieben haben. Aber das kann ich ja gleich mal vorlesen, ohne dass ich euch das zeigen muss. Und dann können wir mal gucken, was die dazu sagen. Die ordnet das bestimmt auch noch mal relativ dezent ein. Ich meine, Süddeutsche Zeitung ist jetzt eigentlich nichts Unseriöses, muss man ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht irgendein Schmierblatt, wo man sagt, die machen jetzt einfach nur Kampagne oder die sind einfach nur sensationsgeil. Die sind eigentlich schon relativ gut informiert. Aber wie gesagt, das hat sich ja auch total hochgebauscht durch dieses Zitieren. Dann kommt die Bild, hat was dazu gesagt. Dann Transfermarkt, Edan Sky und irgendwann NTV sagt, ja, jetzt droht der Abstieg in die vierte Liga oder noch schlimmer. Also es ist ein bisschen wie stille Post. Am Ende wird der Verein aufgelöst, so gefühlt. Erstmal abwarten. Auf jeden Fall ist natürlich Sonntag die Mitgliederversammlung und das wird sicherlich die Gemüter erhitzen dafür. Also entspannter wird die Mitgliederversammlung dadurch, glaube ich, nicht. Sonntag sind wir schlauer, dann muss ja was von unserem Präsidium kommen, definitiv. Wir geben rüber zu Javi Kasseres von der Süddeutschen Zeitung. Aber ich glaube, der Bericht war nicht von Javi Kasseres, der war von irgendjemand anderem. Jan schreibt, alle alles geben und dran glauben, Berlin ist und wird immer blauweiß sein. PS, Chelsea, nächste Saison, jedes Spiel, Startelf und Zehn-Jahres-Vertrag geben. Ja, wir sollten mal einen Zehn-Jahres-Vertrag machen, nicht immer nur die Chelsea-Verantwortlichen. Sehe ich absolut genauso, mein lieber Jan. Schön, dass du da bist. Ja, also wie gesagt, ich habe von euch verschiedenste Meinungen gehört. Ich habe auch mit Dennis telefoniert. Dennis, der geilen Sau, der sagte einfach nur, ja, mach mir da gar keine Gedanken und so. Sehe ich alles völlig entspannt, bringt nur ein bisschen Unruhe rein, aber das ist alles gut. Und dann wiederum andere sagen, naja, es könnte schon durchaus was dran sein. Ich denke mir bloß halt einfach, warum wurde dann von der DFL bestätigt, dass jeder die Lizenz für die erste und zweite Liga bekommen hat, nur eben unter Auflagen? Dann hätten sie die ja gar nicht erst erteilt, sondern hätten gesagt, erfüllt erstmal die Auflagen und sonst gibt es gar keine Lizenz? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Prozedere ist. Oder geben die immer allen erstmal die Lizenz und wenn die Auflagen nicht erfüllt werden, dann gibt es doch keine? Ich weiß es nicht. Und das werden wir auch, keiner wird das wissen. Auch wenn jetzt einer einfach sagt, der weiß es oder der denkt es zu wissen, es ist sehr viel im trüben Gefische im Moment. Es ist spekulativ. Aber ich frage mich tatsächlich, warum so ein DFL, ich möchte nicht sagen Fuzzi, aber so ein DFL-Verantwortlicher oder Funktionär, warum gibt der so eine Information überhaupt an die Presse weiter, wenn er dann nicht mal danach dann sagt, der mit seinem Namen dazu steht? Also warum liegt er sowas? Ich meine, es kann ja sein, dass er irgendwie befreundet ist mit irgendeinem Journalisten. Dann muss er eben sagen, ey, ich kann dir was sagen, aber es darfst du nicht verwenden. Aber warum liegt der irgendwas? Ohne dann mit dem Namen dahinter zu stehen. Da kann doch irgendwas, irgendwas ist doch da komisch. Irgendwas ist doch da komisch. Ist nicht Bobic noch bei der DFL? Nein, Spaß. Der hat ja damit nichts zu tun. Der war ja nur irgendwie im Aufsichtsrat oder so. Aber ja, irgendwas kommt mir da komisch vor. Am GAK schreibt, am Sonntag muss gar nichts kommen. Die quatschen nur, die lehnt auch nicht die Papiere auf den Tisch. Wie bitte? Ich verstehe gerade nicht, was du sagst. Franzi schreibt, der Ursprung von allen Übel stammt von der schwäbischen Zeitung. Die Süddeutsche hat es dann erst aufkochen lassen. Ja, Hertha ist mit der DFL im Austausch. Das ist auch Bestandteil der Auflagen mit der Lizenz. Es geht nur darum, ob das Geld von 777 bis zum 30.06. wirklich kommt. Nur deswegen ist die DFL misstrauisch und natürlich, dass es nicht gegen 50 plus 1 verstößt. Woher weißt du das? Das würde mich ja sehr beruhigen, wenn es so wäre. Ich kann nur sagen, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, wann er es gesagt hat, aber ich weiß noch, dass Thomas Herrich gesagt hat, wir sind über die ganzen Vertragsinhalte die ganze Zeit im Austausch mit der DFL gewesen. Deswegen hat es teilweise auch länger gedauert, weil man dann eben die Vertragsdetails erstmal anpassen musste, weil eben auch 777 von den anderen Engagements, Investments in den anderen Ligen so eine 50 plus 1 Regularien nicht kannte. Und deswegen hat es eben auch so ewig gedauert. Also so habe ich das gehört. Natürlich kann es sein, dass es nicht stimmt, was er sagt, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es stimmt. Dennis, du geiler Sau, danke von der Bitz. Die DFL musste den Vertrag mit 777, Tenor und Hertha zustimmen. Damals, ne? So habe ich es auch verstanden. Dass das sowieso schon im Austausch alles passiert ist. Also warum soll bei der Lizenz dann jetzt auf einmal irgendwas anderes sein und das der schlimmste Fall sein, den sie je gesehen haben? Und warum, warum, wie gesagt, ich finde es einfach nur komisch, warum jemand sowas liegt. Wieso liegt irgendein Funktionär sowas? Was ist denn sein Interesse? Dann behalte es einfach für dich, du bist ein Funktionär, Alter. Du hast da, du hast doch nicht einfach darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Und wenn, dann stehe wenigstens wie der gute Hip mit seinem Brei mit deinem Namen dazu. Haui, Hertha WSC, danke von der Bitz. Und nochmal von der Bitz. Vielen, vielen Dank. Der ist bestimmt Stuttgart- oder Schalke-Fan. Das kann natürlich sein. Nochmal schön Unruhe reinbringen. Bär49er96, erste Chat-Nachricht. Hab mal abonniert. Danke dir für den Content. Deine Videos helfen einem als Fan in der aktuellen Zeit nicht den Verstand zu verlieren. Bist du Werter-Fan? Das ist so ein bisschen verwirrend mit dem 96 hinten. Ich dachte, du bist Hannover-Fan. Aber vielen Dank für die netten Worte. Vielleicht ist der DFL-Fuzzi, schreibt Fußballsloder, damit habe ich nichts zu tun, ein Kumpel von Fredi Bobic. Es ist alles sehr spekulativ. Es ist natürlich alles nur Spekulation, Spekulatius. Aber ich glaube, am Ende habe ich mir wieder viel zu viel Sorgen machen lassen durch diese krassen Paukenschläge. Mit so einem Angstjournalismus kriegt man mich natürlich ab und dann auch mal. Aber naja. Die wollen nur wieder Unruhe. Es gibt auch keine Ruhe bei Hertha. Sobald Hertha dann mal gewonnen hat, jetzt könnte es ja relativ ruhig sein. Man könnte sich auf Sportliche konzentrieren und sagen, ey, der Sieg am Freitag in Köln wird schwer genug und ist essentiell wichtig. Nein, machst du wieder irgendwelche Nebenschauplätze auf. Mann, Mann, Mann. Amazing Chicken schreibt, aber im Ernst, die ständig verbrannten Millionen sind doch auch das Schlimmste, wovon wir in Deutschland bisher gehört haben. Ja, also jetzt fast 474 Millionen, die eigentlich wirklich tatsächlich ja weg sind, sind schon das krasseste, auch was ich gehört habe, so an Geldsumme. Aber das hat ja das eine als mit dem anderen nichts zu tun. Außer natürlich die Lizenzauflagen aufgrund unserer finanziellen Lage. Es ist halt einfach so, dass wir das Geld nicht mal nur verbrannt haben, sondern dass wir immer noch übelze Schulden haben und Zahlungsprobleme kriegen könnten. Das ist ja die Frechheit. Jay schlägt vor, wir brauchen israelische Geheimdienste und Spione. Die würde ich auch langsam mal auf die DFL-Funktionäre ansetzen. Wie wäre es mit, habt ihr schon mal von Shibumi gehört? Die sollen ganz gut sein. Das wird ja am Sonntag wahrscheinlich auch geklärt. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Windhorst-Affäre? Was ist denn mit Shibumi? Könnte ich mir vorstellen, dass das Sonntag geklärt wird. Übrigens, Kleena, ja, ich habe Karten bekommen für Wolfsburg, aber nur durch Dennis. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich habe welche. Viel schlimmer als die Meldung, finde ich, wie es dazu gekommen ist. So eine wirtschaftliche Situation ist ja gruselig. Ja, das ist absolut fatal. Das ist absolut fatal und ich will gar nicht wissen, beziehungsweise, was heißt, ich will nicht wissen, es ist eigentlich unglaublich, wer da alles geschlafen hat. Aufsichtsrat, Präsidium, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, es ist unglaublich. Ja, HAUE hat der WSC. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es jetzt nur von euch gehört, dass es da eine Sky-Meldung gab. Luke Bakio zu Freiburg, finde ich, passt auch nicht. Also ich finde, das wäre so wie, keine Ahnung, Maulida zu Union. Wobei, das würde wahrscheinlich sogar passen. Kaum zu glauben, dass wir nach einer halben Milliarde, die investiert wurde, noch immer Zahlungsprobleme haben. Ja, vor allem gefühlt schlimmerer als vorher. Das ist so crazy. Streich würde Luke Bakio safe hinbekommen. Der tritt in den Hintern. Ah, ich weiß nicht, weil Streich, also die suchen ja schon Spieler aus, die gar nicht erst so ein schwieriges Profil haben. Freiburg soll uns Kire und 5 Millionen geben. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Dann hätten wir endlich mal einen vernünftigen Zehner. Ich spiele doch sowieso nicht bei Freiburg. Komm, ich lese mir mal einfach den... Ich lese uns mal einfach den Kicker-Artikel vor. Vielleicht bringt der noch mal ein bisschen den anderen Blick auf die ganze Situation. Luke, danke von der Bitz. Gute schöne Grüße, mein Lieber. So, wo ist der Kicker-Artikel? Hier. Also Kicker schreibt, droht sogar der Entzug der Lizenz? Fragezeichen. Also sie schmettern es jetzt auch erstmal nicht ab. Wegen Lizenz und Investor. Hertha bestätigt Kontakt zur DFL. Das hatte ich ja vorgelesen, das Statement in meinem Video, wie Hertha sich dazu geäußert hatte. Die finanzielle Situation stellt Hertha BSC momentan vor Probleme. Der Verein steht nun im Austausch mit der DFL. So, jetzt wieder dieses Statement, was ich vorhin schon mal vorgelesen habe von Hertha. Wir stehen mit der DFL sowohl bezüglich der laufenden Lizenzierungsverfahren als auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der geschlossenen Partnerschaft mit unserem Investor 777 Partners in regelmäßigem Kontakt. Ja, also nicht nur wegen der Lizenz, sondern sowieso wegen dieses Vertrages. Räumte Hertha BSC am Montag auf DPA-Anfrage ein. Beide Themen gilt es unter Wahrung sämtlicher rechtlicher Anforderungen, insbesondere der 50 plus 1 Regel und inhaltlichen Vorgaben zu besprechen und zu klären. Wir werden uns zu diesen laufenden Prozessen und zu Spekulationen in den Medien derzeit aber nicht weiter äußern. Okay, jetzt bezieht sich der Kicker auch auf die Süddeutsche Zeitung. Ist also jetzt keine eigene Recherche von Kicker. Das ist ja nochmal wichtig. Außer sie sagen jetzt noch selber hier was dazu. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Hertha aufgrund der angespannten finanziellen Lage sogar der Entzug der Bundesliga-Lizenz drohen könnte, beziehungsweise auch zweite oder dritte Liga. Eine namentlich nicht genannte DFL-Quelle. Das ist schon wieder so unseriös. Es ist wie, wenn irgendwelche Quellen wieder weitergegeben werden von irgendwelchen Abstimmungsergebnissen auf der Präsidium-Sitzung oder irgendwelche Gehälter durchgestellt. Eine nicht genannte Quelle. Was ist denn das schon wieder? Wird von der Zeitung mit den Worten zitiert, Hertha sei in der Lizenzfrage der schlimmste Fall, den wir je hatten. Auf Anfrage wies die DFL darauf hin, dass die Lizenzierungsunterlagen einzelner Club im laufenden Verfahren nicht kommentiere. Achso, das wollen sie nicht kommentieren. Aber ein DFL-Funktionär kann einfach mal irgendwelche... Ach. Dem Bericht zufolge steht auch der neue Deal mit Investor 777 Partners zur Prüfung. Dabei gehe es in erster Linie um die Frage, ob der Einstieg des US-Unternehmens die 50 plus 1 Regel verletzt. Ohne die Finanzspritze des Investors sollen die Lizenzauflagen der DFL dem Vernehmen nach nicht zu erfüllen sein. Scheitert der Deal, könnte demnach auch ein Lizenzentzug drohen. Ja, okay. Also hat Kicker jetzt aber nichts Neues geschrieben. Und Kicker schreibt nicht eigene Recherche, sondern sagt, so hat das die Süddeutsche berichtet. Also nicht, dass ich der Süddeutschen jetzt nicht traue, aber was Fußballnachrichten angeht, finde ich, ist Kicker schon immer sehr neutral, ohne groß eine Position einzunehmen und dann eben auch sehr gut fundierte Quellen, sodass es meistens auch so eintritt, was sie vorher sagen, wenn sie es sagen. Deswegen würde ich jetzt mal Butter bei die Fische lassen, wie der Hamburger sagt. Weil unbekannte Quelle haut einfach irgendwas raus. Ja, also ich bin mir sicher, dass Hertha im Austausch stand bezüglich der 50 plus 1 Regel. Jetzt könnte man natürlich sagen, es kann ja immer mal sein, dass es irgendwelche Absprachen mit 50 plus 1, also 50 plus 1 ist alles so geregelt, aber im Hinterzimmer hat man 50 plus 1 ausgehebelt. Und im Hinterzimmer hat eigentlich 777 viel mehr Macht. Das können wir sowieso nicht erfahren. Das kann natürlich sein. Aber wie will das die DFL da nachweisen? Es sei denn, jemand plappert. Aber der 777-Deal wurde ja meiner Erinnerung nach nach dem Bobic-Aus eingefädelt, oder? Naja. KB Wu schreibt, meine Sources sagen, dass sie Sources haben, die Sources haben und seine Schwester meinte, dass ihr Freund bei der DFL arbeitet und dass Hertha die Lizenz nicht bekommt. Wahrscheinlich, Alter. Der arbeitet bei der DFL. Der hat die besten Kontakte. Ein DFL-Funktionär. Der guckt immer, ob die Beamer funktionieren für die Präsentationen bei der DFL. Deswegen auch Funktionär. Die wollen Auflagen generieren. Die schreiben das immer so abwarten. Die schreiben alle könnte, könnte. Also mit könnte, könnte kannst du woanders. Der Knackpunkt ist doch aber, dass die DFL eine undichte Stelle hat. Hertha sollte da rechtliche Schritte einladen. Ja, das ist eigentlich ein Unding. Das frage ich mich wirklich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann einfach als DFL zu sagen, wir äußern uns im Moment nicht dazu. Aber sie können ja unsere nicht benannte Quelle fragen. Ganz ehrlich, um es mit den Worten von Marcel Reif zu sagen, habe ich nicht im Repertoire. Kicker glaubt der Quelle und du sagst Kicker loyal. Wieso Kicker hat nicht, sagt er nicht nach unseren Informationen, das ist auch so. Kicker schreibt einfach nur, was die Süddeutsche Zeitung berichtet hat und sagt, wenn es so ist, dann wäre es so und so. Hat aber nicht einmal bestätigt, dass es nach ihrem Kenntnisstand auch so ist, sondern hat eben nur wiedergegeben, was der, das wäre ja so, als wenn du sagst, ich glaube der Quelle. Ich habe ja auch nur ein Video gemacht und gesagt, wie die es gesagt haben. Wenn wir in die vierte Liga müssen, können wir mit dem E-Scooter zum Auswärtsspiel fahren. Immerhin. Eine ganze Berichterstattung ist eine Frechheit, ja. Was willst du machen? Vor allem, ach komm, hör auf. Also das wird ja wohl nicht erst seit heute der Fall sein. Wann wurden die Unterlagen eingereicht? Ich glaube, als dieses Hertha im Dialog war, ein paar Wochen später wurden die Lizenzunterlagen eingereicht. Und jetzt kommt es erst raus. Man muss sich immer fragen, warum redet dieser DFL-Funktionär? Was hat er denn davon? Seinen Job vielleicht sogar zu riskieren, indem er irgendwelche Informationen weitergibt. Was hat er denn davon? Das muss man sich immer fragen. Also entspannt euch. Ja, ich war auch erst mal total schockiert. Ich wollte heute ein Video machen über unsere schöne U23, wie die gespielt hat am Wochenende, über ein paar Spieler reden. Und dann lese ich eine Nachricht nach der anderen bei Instagram, die ihr mir schickt. Hier nicht Lizenz, Regionalliga, haben einen Verein aufgelöst, gefühlt. Meine Güte, meine Güte, ey. Paukenschlag nach Paukenschlag. So kennt man unsere Hertha. Wir sind so, wie wir sind. Andi, grüß dich. Lucky Pantelitsch, Dank von der Betz. Alle Medien berichten heutzutage nur über hätte, würde, könnte. Ja. Und mich dann als Fake-News-Spreader bezeichnen hier. Also, ne. Aber kann man nicht einfach ändern, falls was schiefläuft? Ja, die deuten dann halt Szenarien an, wie zum Beispiel, ja, da sind irgendwelche Details im Vertrag drin, die vielleicht nicht erlaubt sind unter Berücksichtigung der 50 plus 1 Regularien. Und wenn die dann sagen, das muss gestrichen werden, dann könnte ja 777 sagen, nö, dann wollen wir den Deal nicht. Und dann haben wir keinen, der uns das Geld bezahlt. Und dann kriegen wir auch nicht die Lizenz. Also, das sind so die Horrorszenarien vielleicht. Naja. Naja. Was mir am meisten Angst, dass Hertha das nicht einfach dementiert. Ja, weil Auflagen wird der Hertha haben. Auflagen wird der Hertha haben. Aber du weißt ja immer gar nicht, bei so einem Dementi, womit soll es so anfangen? Ich glaube, die wollen jetzt auch einfach warten, bis am Sonntag die Mitgliederversammlung ist. Wir haben hier Freitag so ein wichtiges Spiel, lasst uns das zusammen gewinnen und dann ist Sonntag Mitgliederversammlung und dann müssen sie sich dem ja sowieso stellen. KB Wu, Dank von der Bitz, der Deal mit 777 wäre doch gar nicht zustande gekommen, wenn die DFL das nicht unterschrieben hätte. Da wollen doch nur den Druck auf dem Kessel erhöhen. Ja, das sagen wir ja. Das sagen ja alle, die sagen, man sollte sich jetzt nicht zu viele Gedanken machen, sagen ja eben genau das. Ey, das musste sowieso, das hat sowieso der Zustimmung bedurft. Als ob die irgendwas einfach absegnen, was sie nicht auf Herz und Nieren geprüft haben. Was aber schon ein bisschen zu, mir too much war, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen, wo Josh Wanda, Boy Wanda, bei der Pressekonferenz mit seiner geilen Käppi und aussah wie ich beim Karrieremodus, wenn ich mich selbst erstelle. Was mir da ein bisschen too much war, war wie oft er gesagt hat, ja alles unter den Regularien der 50 plus 1. Aber vielleicht wollte er auch einfach nur, vielleicht wollte er auch einfach nur verhindern, dass irgendwelche Leute da Zweifel hegen könnten, aber weil es keine, weil es nicht Not tut, dass es Zweifel geben könnte, aber das war mir fast schon ein bisschen too much, muss ich sagen. Falls ihr euch noch an die PK erinnert. Ich habe übrigens erfahren von Hertha TV, übelst geil, ey, schöne Nachricht, wir dürfen auf Pressekonferenzen reagieren, sofern diese nichts mit den Spieltagen zu tun hat. Das heißt, wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, wenn jetzt so eine 777 PK ist oder so, dürfen wir darauf reagieren. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht, oder? Endlich wieder PK-Reactions, Alter. Wenn, ich meine, bei den ganzen Paukenschlägen, die wir haben, könnte er sicher sein, es sind sowieso mindestens 6 PKs pro Halbserie. Mario, dank von der Bitz, wenn Hertha mal so viele Schlagzeilen auf den Platz machen würde, wie in den Medien, wäre ich schon zufrieden, aber dann wären wir schon längst in der Champions League, Digga. Bei den ganzen Paukenschlägen, wir haben mindestens, ey, ganz ehrlich, im Durchschnitt, in den letzten 4 Jahren, mindestens eine Hiobsbotschaft, Paukenschlag, was ja nicht immer alles eingetreten ist, aber eine pro Monat. Jensemann von der Saar, vielen, vielen Dank für 100 Bits. Danke sehr. Zumindest was die Schlagzeilen angeht, ist der Hertha Champions League, ja, Strickloge hat ja bei mir schon, hier, der Flo hat ja bei mir schon unter dem Video kommentiert. Der FC Bollywood ist zurück. Da freue ich mich schon sehr auf den Talk mit Flo am Donnerstag über so eine Geschichte, das ich liebe es, wenn er dann einfach ausrastet. Ähm, Denkst du, dass Friedi Bobic Scherter in den Ruin treiben wollte? Das war ja in der Summe grottenschlecht, also ich glaube nicht, dass er irgendwas mit Absicht jetzt falsch gemacht hat. Also das glaube ich nicht. Das wäre mir ein bisschen zu sehr verschwörungstheoretisches denken. Ja, was haben die Illuminanten damit zu tun? Friedi Bobic, F. B. F. B wie Fener Batsche. Wir waren Fener Batsche schon immer ein Dorn im Auge. Ich glaube, einige Privatdetekteile aus Istanbul hat Friedi Bobic eingeschleust, um Hertha niederzuringen. Damit noch mehr deutsche Berliner mit türkischen Wurzeln Fener Batsche Fans und nicht Hertha Fans werden. Das klingt für mich logisch. Ähm, Super Danny schreibt, vielleicht gab, gibt es ja Zusatzvereinbarungen, die nicht eingereicht werden zwischen Hertha und Triple Seven oder zusätzliche Gelder, die fließen, um die Lizenz zu bekommen. Die sind an bestimmte Bedingungen von Triple Seven gebunden. Das könnte das Problem sein, was nicht mit dem eigentlichen Vertrag zu tun hat. Das wäre natürlich nicht schön. Ja, das wäre nicht schön. Aber es wäre auch irgendwie ein bisschen naiv zu denken, dass es so einfach durchgeht, oder? Ich weiß ja nicht, oder ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was die DFL prüft. Wenn die so wie das Finanzamt sind und sich mal ein paar Sachen zeigen lassen, dann vielleicht, na, dann kann es schwer werden. Wenn die allerdings nur grob sagen, was habt ihr denn für Verträge? Ist das der Vertrag? Na, dann ist das super. Na, also ich glaube schon, dass die das auf Herz und Nieren prüfen, sonst wäre da schon viel mehr Fälle gekommen, wo irgendwelche Investoren irgendwelche Schlupflöcher gefunden hätten. Außer, wir gehen jetzt mal von den anderen Schlupflöchern aus, wie bei RB Leipzig und so. Ja, es ist alles sehr spekulativ. Ja, also Isotonne, klar, klar haben Thomas Herrich und Josh Wanda des Öfteren betont bei der PK, dass 50 plus 1 berücksichtigt ist, aber das ist ja jetzt quasi in dem Sinne der Vorwurf, dass es eben anscheinend doch nicht so ganz der Fall ist. Mit Spracherecht durch die Hintertür, so ungefähr. Das ist das, was so ein bisschen suggeriert wird hier. Ich bin heiß auf Freitag, scheiß auf die Süddeutsche, das ist doch mal ein schöner Kommentar, sehr gut. Wer von euch ist denn Freitag im Stadion? Fahren noch bestimmt ein paar hin, ein paar Ehrenmänner, Edelmänner. Unioner, guck mal, ein Unioner, danke dir für diese Nachricht, das habe ich mir auch gedacht, ohne da jetzt direkt die Verschwörung zu wittern, aber ein Unioner schreibt rein, komisch, dass solche Nachrichten immer dann kommen, wenn Hertha dabei ist, sich zu stabilisieren. Immer wenn es ruhiger wird, brennt es wieder irgendwo anders aus, heiterem Himmel. Das ist wirklich, es kommt einem doch nicht nur so vor, das siehst du anscheinend ja schon genauso. Wir spielen gegen Köln. Wollte hin, aber Zugticket zu teuer. I love Audit ist vor Ort. Sehr stabil, sehr wichtig. Die Karten waren auch richtig schnell wieder weg. Ein paar haben noch irgendwie, ich habe mit ein paar geschrieben, die meinten, ich brauche noch eine Karte und so, die Karten waren wieder richtig, richtig schnell weg. Und das bei einem Freitagsspiel. Und Köln ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Ich bin da leider ohne meinen Onkel Tom. Ich wäre sehr gerne dabei, lieber Dennis. Philipp Popp schreibt, ich bin da, weil ich bin Kölner. Raus! Nein, Spaß war nur Spaß. Aber gönnt uns mal, gönnt uns mal drei Punkte. Komm, seid mal jetzt nicht so. Ihr hattet so einen geilen, wenn man das überhaupt so nennen kann, Derby-Sieg. Macht dich aus dem Chat. Nein, nein, aber ihr könnt uns den Sieg schon mal gönnen. Lasst dir wie Selke draußen, der macht mir Angst. Ey, ich rede gar nicht erst drüber. Mario, dank 100 Bits. Ich bin am Freitag erst zur zweiten Hälfte da. Ich hoffe, dass ich bis dahin gelassen nach Hause fahren kann. Ey, ich hoffe so sehr, dass du hier reinkommst und erst mal völlig freudestrahlend bist, weil du mich grinsen, schreien siehst. Und ja, auf meiner Anzeigetafel hier siehst, dass Hertha deutlich führt. Chris Daumworker, dank 100 Bits. Abwarten und Tee trinken. Am Ende ist das alles erst mal nur ein Gerücht. Wenn es nach Schmierblättern geht, sind wir schon fünfmal in dieser Saison abgestiegen und nach einem Sieg dreimal in der Champions League. Na gut, dass wir in die Champions League kommen, das sagen eigentlich immer nur wir Fans. Das sagen eigentlich keine Zeitschriften. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wobei die SZ wirklich kein Schmierblatt ist, muss man wirklich sagen. Normalerweise. Philipp, ja, davon gehe ich auch aus. Das sagst sogar du als Kölner. Selke wird, wenn er ein Tor schießt, ganz schlimm jubeln. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe, Uremovic und Kempf spielen so wie gegen Stuttgart. Ist wie mit Kramaric, bitte nicht ausführlich drüber reden im Video. Nein, mache ich nicht. Ich rede nur kurz drüber, dass er getroffen hat und das war es. Köln auch schwierig zu tippen, da weißt du auch diese Saison nicht, was du bekommst, leistungstechnisch. Ja, jetzt haben sie sich auf jeden Fall wieder stabilisiert. Ausbilder in Wolfsburg war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Köln gibt es noch Tickets? Köln gibt es noch Tickets? Es hat noch aber ein paar gefragt, dann haben die aber vielleicht noch einen weiteren Bereich aufgemacht. Am Anfang waren noch die ersten Tickets weg. Ich kann ja noch mal gucken hier. Also wenn wir gegen Köln gewinnen, wovon ich ausgehe, dann will ich eigentlich ein volles Olympiastadion gegen Bochum sehen, Alter. Ganz ehrlich. Ich gucke mal kurz bei Tickets hier für Köln. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn der Auswärtsbereich? 4.000? 5.000? Hier war doch gerade ein Kölner. Philipp, wie viele Auswärtskarten kriegt man? 5 Prozent? 10 Prozent? Wo kaufe ich? Ach, diese Seite macht mich wahnsinnig. Hier, Auswärtstickets. Einwilligen. Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Ja, hier gibt es noch die für 39,60 gibt es noch Tickets. Dann haben die bestimmten Block noch zusätzlich aufgemacht, würde ich sagen, oder? Also Stehplatz, oder es ging, oder die haben mich nur angeschrieben, weil die Stehplätze alle weg waren und dann nur noch die teuren Karten. Da waren die Stehplätze kosten 17 Euro, die anderen sind bei 40 Euro ungefähr. Ich glaube immer 10 Prozent, normalerweise immer 5 Prozent. Ich weiß gar nicht, was ist denn die Vorschrift? Ich glaube 5 Prozent ist Vorschrift und dann kann der Verein selber entscheiden, ob er das erhöht oder wie funktioniert das immer? 10 Prozent Gästebereich? Ich weiß nicht. Dann hätte man ja in München auch 8000 oder so. 5 Prozent ist international? Ich google das mal kurz. Wie viel Prozent Auswärtstickets Bundesliga? Wie viele Tickets stehen einem Gastverein bei Auswärtsspielen zu? Immer 10 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität. Das ist eine DFL-Regelung. Okay, also das heißt in Köln passen knapp 50.000 rein, also müssten 5000 möglich sein. Ist eigentlich krass, ne? Dass es hier noch Tickets gibt und dass München so schnell ausverkauft war, obwohl da ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Aber wie gesagt, es leben auch viele Hertha-Fans in München. Weißt du vielleicht, ob es wirklich nur für Mitglieder bei Wolfsburg-Tickets gibt? Muss man ja über die Wolfsburg-Seite leider welche kaufen, war nicht schnell genug. Kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, die werden den irgendwann noch eröffnen und ich hoffe einfach, dass Wolfsburg zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in die Europa League, Conference League kommen kann, damit auch gar keine Zuschauerinteresse haben und die dann irgendwann das für uns frei machen. Aber die machen es halt nicht so, wie bei uns, dass sich da jeder bedienen kann, sondern die machen den Nicht-Mitglieder-Verkauf keine Ahnung, wann die den machen. Moin, ich war gegen Bremen im Stadion in der Kurve, habe dich ab und zu beobachtet. Ich hoffe, dich stört das nicht. Moin, wenn du mich noch einmal beobachtest, dann wirst du hier gebannt. Hauptsache, du filmst mich nicht die ganze Zeit. Oh, irgend so ein Mucki ist auch da. Grüß dich, meine Liebe. Das muss die DFL nochmal prüfen, ob es wirklich 10% sind. München Sonntag plus Montag. Ach stimmt, es war ja Montag Feiertag. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich hatte verpeilt, das ist, Montag war ja der 1. Mai. Ja, Freitag ist Katastrophe, Alter, da musst du dir Freitag freinnehmen, es geht ja gar nicht anders. Es sei denn, du hast irgendwie so ein Auswärtsspiel Freitag in Wolfsburg, das würde natürlich auch noch gut gehen irgendwie, aber Freitag in, also keiner, der da normal arbeiten muss, kann dann einfach um 10 Uhr Feierabend machen. Die VfL-Tickets sind auf deren Homepage morgen im freien Verkauf. Bist du sicher? Warte, ich gehe jetzt mal auf die VfL-Wolfsburg-Seite, dann müssen wir da eine Invasion starten. Ich will, dass da jeder hinfährt. Das ist wirklich mit die nächste Auswärtsfahrt. Gut, ich glaube, Leipzig ist noch ein bisschen näher. Oder weiß ich gar nicht, ob sich das so viel nimmt. Also ICE geht auf jeden Fall nach Wolfsburg mega schnell. Das war damals glaube ich anderthalb Stunden, wo ich mal mit ICE gefahren bin. Auto weiß ich nicht, zwei Stunden vielleicht. So, Tickets. Männer gegen Hertha. Der eingeschränkte Verkauf für Dauerkartenbesitzende und Wölfe-Club-Mitglieder für die Bundesliga-Begegnung beginnt am Dienstag. Das ist der eingeschränkte Verkauf. Also morgen beginnt erstmal nur für Wölfe-Fans und Mitglieder. Hier steht, hast du dich verlesen, mein Lieber, hier steht nirgendwo, dass ab morgen der uneingeschränkte Verkauf beginnt. Morgen ab 9.45 können Mitglieder vom Wölfe-Club sich Tickets kaufen oder Dauerkarteninhaber. Hier steht aber nirgends, wann die das im freien Verkauf machen. Hm. Na gut. Also, ja. Stimmt dann leider nicht. Ja, vielleicht, wenn du ein VW-Polo kaufst, vielleicht kriegst du dann noch, vielleicht kriegst du dann noch automatisch eine Hertha-Karte dazu. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber wenn es am letzten Spieltag um alles gehen würde und die die Karten einfach so verkaufen würden, ich will nicht wissen, wie viele Leute da hinfahren würden. Bestimmt über 20.000. Ohne Scheiß, wenn man die Karten bekommen würde. Auch wenn man das nicht denkt, aber ich denke schon. Was war nochmal die Tormusik von Wolfsburg? Erstmal dieses Wolfsgeheul und dann Tormusik. Es reicht schon, ich brauche nur einen Ton. Aber wir werden es ja nicht hören. Wir haben jetzt schon ausführlich drüber geredet, über dieses ganze Lizenzzeug und ich habe auch ein ausführliches Video drüber gemacht. Außer im Wissen tue ich es auch nicht, mein Lieber. Danke für deine erste Chatnachricht. Adam, kannst du ja nochmal mein Video von heute angucken. Aber ich denke mal, dass es am Ende vielleicht alles gar nicht so wild ist. Zum Glück habe ich nur zweimal Jabba Dabba in München gehört, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel ich da war, wo ich das so krass oft hören musste. Na klar, dass Augsburg sich wieder retten wird. 2010 1 zu 5. 2010 haben wir 5 zu 1 gewonnen in Wolfsburg. Das war doch die Abstiegssaison. Da haben wir 5 zu 1 gewonnen in Wolfsburg. Da habe ich nur einmal die Tormelodie gehört. Das war ja das Bescheuerte. Da waren wir mit voll vielen Leuten in Wolfsburg, aber keiner konnte sich mehr freuen, weil wir das entscheidende Spiel davor gegen Nürnberg verloren hatten. Und dann gewinnen wir einfach 5 zu 1 gegen Wolfsburg auswärts. Ist auch so geil, dass Augsburg unser Lieblingsgegner ist und Unions Angstgegner. Das ist wirklich alles völlig crazy. Ich war mal in Wolfsburg, da hat zweimal der VR das Tor zurückgenommen, die Tormusik haben, die natürlich, vielleicht war es auch das Spiel. Welches Spiel war das? War das das mit Lasogga? Ich glaube, es war das, wo Lasogga getroffen hat. Aber ist jetzt auch egal. Diese Tormelodie macht mich auf jeden Fall wahnsinnig. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. An manche sagen, kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Wolfsburg war Stimmungsboilkott 2010. Ja, weil wir ja vorher und du konntest dich auch einfach nicht freuen und dann gewinnen die 5 zu 1 einfach so mit Fallrückziehern und so eine Scheiße haben die da gemacht. Ich glaube Doppelpack Cicero oder so. Ich dachte, wollt ihr mich gerade verarbeiten? Ich war sogar noch saurer, dass sie gewonnen haben, als dass sie einfach wieder verloren hätten, weil sie einfach gegen Nürnberg 2 zu 1 verloren haben und dann gewinnen sie einfach 5 zu 1 in Wolfsburg. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich schwöre es euch, dieser Sieg hat mich saurer gemacht, als wenn sie verloren hätten. Und dann hatte man wieder, also ich hatte danach wieder kurz Hoffnung. Ich glaube, Cicero hat da 2 Tore gemacht und dann auch noch so ein Seitfallzieher-Ding. Schlimmste 3 Tore Wolfsburg-Leipzig-Bayern. Ja gut, dann müsstest du aber Bochum dazu nehmen. Die haben nämlich die gleiche wie Leipzig. Äh, wie Bayern, sorry. Ja, Badabadu ist auch schön echt bodenlos. Ja, Badabadu. Ich kann sowieso keine anderen Torhymnen ab, weil ich das immer damit verbinde, dass ich irgendwo war und die andere Mannschaft gegen uns ein Tor geschossen hat. Ich war in Wolfsburg noch zweimal im alten Stadion. Das war trostlos. Ne, da war ich tatsächlich noch nie. Die hatten auch vorher eins mit Tatanbahnen, ne? So, jetzt gucken wir uns mal die Kickernoten an von unseren Spielern am Wochenende. Vielleicht kriege ich noch aus dem Kopf zusammen, was ich für Noten gegeben habe. Oh, Christensen eine 3. Da ist sie wieder. Die obligatorische 3 für Christensen. Egal, ob er gut oder schlecht hält, immer eine 3. Oh, die Noten sind aber eieiei, da war ich aber ein bisschen sehr gehypt. Christensen 3, Kenny 4, fand ich richtig gut. Okay. Uremovic 3. Ich wurde ja übelst geroasted, weil ich aus dem Stadion gesagt habe, ich fand, er kämpft besser als Uremovic. Uremovic kriegt eine 3 oder eine 3,5. Er brauchte keine Camp, ich lese euch vor. Und jetzt sagt, na gut, ich kann es auch umdrehen, wenn ihr es unbedingt sehen wollt. Mein Gott, mache ich doch gerne. So. Uremovic 3. Anscheinend auch nicht gerade. Aber als ich mir das Spiel dann nochmal angeguckt habe im Fernsehen, fand ich ihn auch stärker als Kämpfer. Aber Kämpf kriegt natürlich auch nur wieder eine gute Note wegen seines Tores. Aber Plattner hat besser zu bewerten als Kenny, finde ich irgendwie eine Frechheit. Wonach bewerten die denn überhaupt? Also Sofa-Score ist auch nicht immer richtig, weil die bewerten, das ist ja auch Quatsch, die bewerten nur nach Statistik. Du kannst nicht ein Fußballspiel und Spieler nur nach, du musst auch gucken, wie Laufwege waren oder ob der Räume zugestellt hat oder was weiß ich. Du kannst nicht immer nur sagen, gute Passquote, gute Zweikampfquote, na dann war er der beste Spieler. Toussaint 2,5, Marton, Dadai 3, ist ja für eine Kickernote echt wahnsinnig gut. Luke Bakio 3,5, Jovetitsch 3,5, Richter 3,5 und Niederlechner trotz Tor 3,0. Das sind echt harte Noten. Jessica hat, achso, ist zu spät eingewechselt, die haben alle keine Benotung. Was haben die hier bekommen? Bredlow 4,5. Ja gut, beim Gegentor sah er nicht gut aus. Ito 3, Zagadou 4, Anton 3,5, Sosa 4,5, Haraguchi 5. Im Berliner Olympiastadion kann er nur mit Union kicken. Endo 3,5, Wagnumann 3, Milo 4, Thiago Tomasch 5 und Girassi 4. Und Silas hat auch eine 5 bekommen. Tom, was sagst du zu der gelben Karte von Richter und Uremovic? Haben die die 5. Gelbe bekommen? Achso, die 6. Gelbe. Was meinst du? Dass sie sie bekommen haben? Ich kann mich jetzt gerade an die Szene nicht mehr erinnern. Platzes Seite war wieder so offen, erst durch Maxi war die dicht. Ich würde es auch nächstes Mal mit Mitti machen. Ich würde bei der Bewertung auch eher den Fokus auf versuchte Pässe legen. Ja, das hat eben noch keiner erkannt, wie Hertha TV damals. Weil in versuchten Pässen war Hertha nämlich schon immer einsame Spitze, wie ihr wisst. War das versuchte Elfmeter? Ne, versuchte Pässe und es gab noch irgendwas mit Elfmetern. Was war das? Fast Elfmeter? Nicht-Elfmeter-Tore? Oder was haben die da gemacht? Irgendwas auch noch richtig crazy-mäßiges. Hm. Tom würde es mit Mitti machen. Und da schreibe ich. Hat immer einen guten Haarschnitt von Abbas Venezia. Top Mann. Rimović-Handspiel habe ich sogar aus der Kurve gesagt. Ach, das? Dafür hat der Geld bekommen. Ey, das war aber auch ein Handspiel. Das war ein absolutes Handspiel. Ich weiß gar nicht, warum er sich da so krass aufgeregt hat. Das war eindeutig Hand. Arm, besser gesagt. Mann, ihr seid ja wirklich, das ist ja hier wie in der sechsten Klasse. Ich würde immer mit Mitti spielen. Hört sich auch nicht viel besser an. Ich würde Mitti immer aufstellen, wenn ich der Trainer wäre. So ist es sehr korrekt ausgedrückt. Weil immer mit Mitti spielen hört sich auch nicht viel besser an, wenn ich ehrlich bin. Also für mich war es keine Schulter. Der kriegt den hier ran. Macht sogar noch so. Aktive Bewegung. Schulter ist für mich hier oben und nicht hier an der Seite. Da fängt ja der Arm an. Klar, es gehört auch zu dem Schultermuskel, wenn du trainierst, aber es wird auch immer gefiffen. Aber dafür hat Rimović den Freistoß nach dem Handspiel super abgewertet mit dem Gesicht. Ey, das war so assi. Aber es hat mich, er war ja wirklich gut in diesem Spiel. Aber diese Aktion, noch mehr als ich sie im Fernsehen gesehen habe, hat mich noch mehr darin bestärkt, dass ich finde, erinnert mich einfach an Forrest Gump. Ich weiß auch nicht, das ist so diese Frisur. Ich weiß auch nicht. Und wie er immer rennt und springt und wie er in diesen Ball einfach reingesprungen ist, so hätte das Forrest Gump einfach in dem Film auch gemacht, wenn er irgendwie so einen Ball retten will. Das ist einfach mit seinem Kopf den so klärt. Aber es war echt eine krasse, krasse Rettungsaktion. Hand ist, wenn der Schiri pfeift. Na, das ist doch mal eine Aussage. Das ist so eine richtige, so eine richtige Trainer-Aussage. Mecker nicht rum, Hand ist, wenn der Schiri pfeift. Äh, wenn der Schiri pfeift. Treni. Ey, Uremovic ist auch schnell. Guck dir mal seinen Topspeed an. Na, laut Regel beginnt die Hand erst da, wo das Trikot aufhört. Deswegen hat sich Uremovic aufgeregt. Ist das so? Das habe ich ja noch nicht gehört. Dann ziehe ich nur noch Langarm-Trikots an. Oder kennt ihr diese Trikots, die man bis über die Hand machen kann? Die ziehe ich nur noch an. Untertitelung des ZDF,